So, was haben wir hier noch alles? Können wir hier was mitnehmen? Nee, gar nichts. Die Tasche steht da. Ja, was haben wir denn da? Welche Ruhe immer. Nach so einem Kampf. Kann man da auch was machen mit dem Holz? Nee. Mein Chef nimmt mich in letzter Zeit hart ran. Also auf eine gute Art. Ferkel. Interessiert uns gar nicht. Jo, jetzt sind wir hier im Wald. Ob das so gut ist? Auch das weiß man nicht. Man wird es sehen. Oh, 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 Lava. Da ist eine Tasche. Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Sag das nochmal. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt nochmal jemand. So. Ich hab keinen Plan, wo wir hier sind eigentlich. Da hinten. Ah, links. Seh schon. Hier liegt Krimps-Krimps rum. Hier liegt Krimps-Krimps rum. hopefully noch halt auch mal mit Ciao. Nein, es ist noch nicht ganz bewusst. Also in diesem Fall, wir haben Sie vielleicht nur einen Aufrad waldspaziergang tut ja auch ganz gut ist sehr gesund was haben wir denn da warte mal warte mal ja da kann man wieder das plakat anhängen aber wir kommen wegen der lava nicht dahin ja geht nicht keine chance das ist schade wir müssen noch das mit der lava rausfinden wie das geht da müssen wir doch irgendeinen freund freischalten wir müssen auf jeden fall mit der haupt story weitermachen ich werde jetzt mal zu dem polizisten und hingehen und mir die nächste mission holen das ist dann hier kommen wir denn da am kürzesten hin da haben wir was da sind wir doch gerade in der zeit hätte ich vielleicht sieben millionen selfis gemacht minimum da unten sind wir gut dann werden wir uns hier oben hin zaubern fantastisch und dann gehen wir einfach die straße rechts lang wir sehen uns und trotzdem kann es so schnell flitzen also krass ist einfach die straße lang gehen ja hier ist es ja auch schon naja stimmt ja wir sind schon da mach auf mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf wo ist denn, ah hier hey kleiner verbrecher schräg, du bist wieder da? ich hab da was das dich interessieren könnte wie sich herausgestellt hat ist der abschaum von gestern nur eine ganz kleine nummer der echte oberboss muss irgendwo hier sein auf deinem handy das ich in der hand halte danke dass ich dein handy dafür haben durfte er versteckt sich in der riesigen villa die er mit blutgeld gekauft hat dieser penner das ist eine ganz andere nummer verbrecher schreck sein haus ist eine festung jedes fenster und jede tür ist mit einem hightech sicherheitssystem verbunden du brauchst das hiermit kannst du sein sicherheitssystem hacken um dich reinzuschleichen viel glück kleiner hält dankeschön ja, die können wir rauskennen, ne, das ist auch noch was immer diese kleinen schubladen der selbstjustizler verdirbt dann den spaß am vollzug da oben ist das wir sind jetzt hier müsste man eigentlich hier weiter und dann die nächste nach oben gehen ja, hier hoch sehr gut über die straße und dann rechts weiter ja immer schön weiter geradeaus jetzt hat mir direkt drauf zu kommen, oder? ist ja noch ein gutes Stück hier hallo wo sind die blöden viecher? hallo ah, hier ist es auch wieder die zeit anhalten dann rüber laufen und den strom ausstellen jetzt haben wir es nämlich ich habe Tittenbilder, komm und hol sie dir cool jetzt kämpfen wir erstmal das wird ein heißer tanz tja tja ich tanze nicht, aber lass uns boxen jetzt setzt's was jetzt setzt's was ne, warte mal, zieh ich noch nicht? vielleicht, ja, da können wir noch was machen mit wunderarsch ist nicht zu spaßen ich mach dich platt mikroaggression schlag ihn nehmt eure medizin zwerge wir können eh nichts machen aber wir kommen da nicht ran wir kommen da nicht ran ne, wir können erstmal nichts machen also bleiben wir hier stehen und setzen raus wen soll ich quälen? ich wähle dich jetzt hängt er wieder da hinten lass dich da von deinem freund massieren mach dich ne, kann man ja nichts machen ne, kann man ja nichts machen geht noch nicht stell das auf kurster graben zeig ihnen wie du dich fühlst los geht's furz laut hehehe furz laut ach, zeig ihnen wer der boss ist zeig ihnen wer der boss ist streng dich mal an alter was? sechsklässler können nicht sterben wir sind unsterblich nein, offensichtlich nicht alles gute kommt von oben alles gute kommt von oben hey, ich bin dran könnte mir dich egaler sein sag mal, hast du zugenommen? schlag sie für den kuhn furzkiste oh, wir haben ihn noch nicht erwischt wir haben ihn noch nicht erwischt ich hab jetzt echt gedacht wir kriegen ihn aber jetzt wird gekuhnt es wird gekuhnt jetzt haben wir ihn ne, jetzt hat er ihn hinten geholt ich hab gedacht er holt ihn vorne na gut, egal eine chance haben wir noch vorausgesetzt ich erwische ihn irgendwie hier leider nicht na gut, müssen wir aussetzen dann lass ihn ruhig schmeißen wir werden ohnehin gewinnen ja das war sein letzter schachzug sein letzter zug überhaupt so, das haben wir gut, was haben wir hier noch? ne Tasche jetzt können wir endlich hier auch langlaufen jetzt haben wir es es hat ja gedauert immer noch der richtige Weg ja wir kämpfen für alle unterdrückten girls der welt gut, machen wir das auch noch weil es so schön ist oh, selbst eingebildet ist er wohl gar nicht willkommen in der raisins wirtschaftszone macht euch bereit zu sterben ihr hübschen auf sie wunderarsch nicht schlecht neuer ja, das war echt gut hey ihr süßen, ich hoffe ihr habt spaß oder auch nicht, ist mir eigentlich egal scheiße gelaufen neuer bestellt ihr süße was darf es denn sein? was darf es denn sein? und wieder kam alles gute von oben das wirst du gleich sehen was hier sein darf und nicht und dann doppelstark rückstoß ach ja, wir kommen da nicht ran nö, können wir eh nichts machen bleiben wir hier stehen und dann hey schnuckis habt ihr schon spaß? kommen die mädels dran nein, jetzt fangen die wieder damit an wollt ihr nach der tracht prügel raisins kalender kaufen? nimm das süßi gut, das haben wir dann der da hinten auch noch ok unser cool da komme ich jetzt nicht ran schlecht das haut nicht hin, leider nicht na gut na gut, dann nehmen wir uns die mal vor ja, ist ja klar er kämpft ja auf der seite von die mädchen, aber das ändern wir gleich wer hat hier eine tracht prügel bestellt? das wirst du spüren wenn du in die pubertät komm, 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 komm jetzt aber geht nicht das war gar nichts hat nicht funktioniert manchmal findet man eben keinen Platz wo man sich hinstellen kann das ist das problem damit hättest du rechnen können bitte hau das nächste mal einfach ab ihr wollt was auf den arsch? die bestellung zieht gerne vor so, guck mal ob wir jetzt was sind kriegen aber ich glaube immer noch nicht wir kommen einfach nicht ran an ihm geht nicht ich kann dir gar nichts machen stellen wir uns mal hier hin und dann setzen wir wieder aus könntest doch was machen sehr gut, er freut sich schon das ist für scrambles, ihr Bastardl mhm und Nummer 3 das ist für scrambles, ihr Bastardl meine damen, was kann ich den ganzen Tag? alles in Ordnung? super nicht übel, aber Diabetes ist zäh ja eben es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes ok, jetzt können wir mal die 0 drücken ich zeig euch mal wie das Double Whammy in unsere Double Whammy nö, die schon wieder so so toll, dass ihr da seid dir auch? was? ich bin dran ja, dann werden wir ihn gleich wieder entzaubern wenn wir noch Zeug haben haben wir ich muss mir wieder Zeug herstellen zum Entzaubern so, jetzt haben wir den auch dann machen wir das auch nochmal gleich dann richten die Mädchen nämlich keinen großen Schaden an die gucken ganz traurig ganz ersetzt die haben uns wieder entzaubert hä? ich habe mich doch entzaubert was war das denn eben? was habe ich denn da jetzt nicht mitgekriegt? muss ich nochmal machen das geht nicht das geht nicht jetzt aber Och Menno, es wirkt gar nicht ich habe über dich wie meine Mama meine Daddy, Schnucki warum wirkt das nicht? oh mein Gott, das wird so ein Spaß ja, was? genau nur den kleinen Klaps ich mache mir Notizen zu deiner Technik, Supercrack jetzt kommt Kuhn der wieder gegen uns kämpft du kannst ganz schön einstecken, Diabetes schön, dass du es bemerkt hast ich werde dich besiegen Nummer 4 ne, da kommen wir ja nicht ran das geht ja nicht du kämpfst ziemlich lasch, aber das reicht ja wohl danke geschätzter Verbündeter lasch Mist ich habe übrigens voll in dein Essen gespuckt Oh, das machen hier schon alle hier das gibt es ja gar nicht wie viele sind das jetzt schon? drei? ich habe nur noch einen eingeschicken ich bin dran Ah, na toll ich muss dich wieder entzaubern geht nicht anders zum Schluss habe ich gar keinen habe ich verloren das wird wehtun lass das mal bleiben ach so, doch du bist ja wieder auf unserer Seite so, da kommen wir nicht hin ne, ich werde noch nicht meinen eigenen da das mache ich nicht dann werde ich ihn erzaubern komm mal nicht ran nochmal so, jetzt aber bin ich schon dran? ja der Bete flischt wieder mit ja, du bist wieder da sehr gut gut, das war's dann haben wir das auch was kommt jetzt? müssen wir langsam mal da sein nein ist noch ein Stück jo wir nähern uns das ist wir haben noch die